User Disconnect Was? Was? Als ob Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, mit dabei ist heute der liebe Corona! Hallo! Es geht schon! Hallo! Und der liebe Standardskill! Hallo! Hallo Leute von heute! Ja, und ich würde sagen, willkommen zu einer weiteren Runde von... Wer ist Famecrafter? Mann, raus mit dir, Alter! Okay, ich bin nochmal kurz weg. Sound, microphone muted. Okay, Leute, das hier ist keine normale Runde, Fortnite, denn wir haben Standardskill, tatsächlich der hier noch gerade fehlt, eben im Stream dazugeholt. Ich habe mich ganz kurz eben per WhatsApp mit Tobi und Corona abgesprochen. Wir werden jetzt so eine richtig schöne Runde machen, wo wir Standardskill ordentlich auf den Sack gehen. Das heißt, wir werden Plattformen unter ihm kaputt schießen, wir werden Impulsnates bei ihm kaputt machen, wir werden ihn richtig, richtig abfacken, weil super viele Leute geschrieben haben, ey, Revi, es ist meiner Zeit, dass du mir jemanden trollst und ich denke mir, jetzt der richtige Zeitpunkt dafür und Standardskill ist auf jeden Fall der richtige Kandidat, weil ich weiß, der kann auch ganz schön sauer werden und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Leute, wir jobben wieder unten bei der Kaka-Fabrik, also das andere Slush Factory, daneben ist Kaka-Fabrik, das ist der Neue. Ich kann doch nur Holz mühen. Ja, Tobi, alles in Ordnung, oder? Auf geht's! So, fliegt mir am besten hinterher, ich zeige euch schon, wenn ihr gewinnt. Hahaha, Junge! Hä, ich fliege ganz woanders hin. Äh, ja, ey, ihr habt doch Flash Factory gesagt! Seid ihr blöd? Ah, fuck, mein, was? Oh, super. Corona, warum ist sie schon wieder gestorben? Ey, was denn? Wo sind die Gegner? Standards-Kräfte, die noch beschützen können. Er hat einen Hit bekommen. Geh weg. Wie geh weg? Nein, ich mach das! Was für ein Kill, Digga? Ich hab ihn wirklich einmal gehitten in mir. Ich hätt ihn zuerst gesehen. Ach du Lelleck, Alter, hör doch auf. Hör doch auf! Ey, hört jetzt auf, wie irgendwie rutsch zu schießen. Ich denke, ich bin hier. Oben! Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir ist jemand. Alter, hast gerade meinen Kill geklaut. Mein Kill. Ey, ich komm zu hier. Warte, 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 ich komm, ich komm. Ich bin schon da. Ich hab alle, ich hab alle down, Leute. Ich hab alle down, natürlich. Boah, das ist ja richtig krass. Ey, Digga! Was soll das denn? Mann, Junge! Ich hab, ich hab schon volles Leben. Ich brauch das nicht. Ich hab das gar nicht erst nötig, Digga. Weißt du? Ich hab das gar nicht nötig, Digga. So, lass da. Lass hier lang. Tilt in Towers, wir müssen zilt in Towers gehen, okay? Dings, wollen wir Dings nutzen? Äh, Jump Head. Hast du Jump Head? Ja, weiter, weiter, weiter. Warte? Ja, lass doch hier hochbauen. Ja, komm her, komm her. Hä, lol, was ist das denn? Was brauchst du denn da? Sorry, warte, 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 warte. Warte, ich muss kurz. Hä? Was brauchst du denn hier für eine Scheiße? Ahhhh! Alter! Nice! Wup, wup, wup! Was ist jetzt? Ist egal, ist egal. Ja, okay, okay, okay. Pass auf, lass uns anständig spielen. Lass uns einfach anständig spielen, okay? Ich land auf dem Schornstein. Ja, mach das doch. Land Disco. Boah, gelber Automat. Raketenwerfer. Wirklich? Goldene Ska, ja. Was? 500. Goldene Ska für 500 Holz. Oh mein Gott. Geht voll klar. Lass mal zusammenpacken und ihr gebt mir die Ska. Dann gewinnen wir die Runde. Was für Alter. Okay, wollen wir los oder wollen wir wirklich noch die Ska holen? Also ich fände es unnötig, muss ich ehrlich sagen. Ja, Ska holen. Echt jetzt? Wir können jetzt zusammenpacken und... Und dann holt sich einer oder was? Ja, pass auf, ich kann ein bisschen Holz geben euch, dann gebt ihr mir die Ska, okay? Gib mal. Hier. Danke. Ich will die Gold Ska. Hä? Wo ist die Ska? Hä? Hä? Wo ist die Ska? Hä? Die Ska habe ich doch den Impuls nicht weg. Hä, als ob das... Was ist das denn für ein Bug, Digga? Ihr verarscht mich, ne? Nein, jetzt for real, Digga. Ich habe sie wirklich nicht. Wo ist die Ska? Ich habe sie nicht. Zeig deine Waffen. Bruder, eins, zwei, drei. Da. Du bist so dumm, das Ska zu holen, man. Digga, ich kann doch nicht dafür, Alter. Was kann ich denn dafür, wenn es wegbuckt, Alter? Ich habe sonst die ganze Schapte abgebaut. Ja, chill doch, chill doch, chill doch. Ist doch jetzt egal, ist doch jetzt egal. Pass auf. Ja, Digga, ich habe da auch nichts davon gewonnen. Was willst du denn jetzt? Digga, ich wollte keinen Baumfeller, Junge. Muss ich hier weiter abbauen. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Wir haben auch keine Zeit. Komm, auf geht's. Ja, wohin? Ja, lass dein Hotel pushen hier vorne. Oh, guck mal, da auf dem Kackstuhl. Da liegt Dings, Digga. Ist da nur eine Kiste drauf? Ja, ja. Wo denn? Willst du mich verarschen? Was denn? Hier ist keine Kiste. Was laberst du, Dlenek? Du hast sie gerade kaputt geschossen. Was hab ich? Ey, hör doch mal jetzt auf, Digga. Ich kann hier nicht 20.000 Jahre aufnehmen. Lass mich hier oben. Oh, Digga, hier oben ist auch eine Kiste, glaube ich, bei dem Baum. Komm mal mit, komm mal mit. Schau, schau. Lass mir die, bitte. Lass mir die, bitte. Ich bin PS4-Spieler. Alter, ich hab das verdient, Alter. Ja, ihr könnt viel einfacher bauen, Alter. Sag mal, so ist das... Ja, hier ist eine Kiste, hier ist eine Kiste. Haha, Alter. Ja, okay, komm, ich hör jetzt auf. Oh mein Gott, wie viel Holz bringt... LOL! 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 Oh mein Gott, von ganz gegenüber. Hä? No way. Komm, halt's Maul, Digga. Halt bitte den Maul. Halt bitte den Maul jetzt, Alter. Was soll denn das? Nur, wenn ich dich jetzt einmal verarscht hab. Komm mal, klar, Digga. Äh, Leute, 318. Was ist das? Bei uns sind aber auch noch welche, oder nicht? Hinten am Berg, hinten am Berg, hinten am Berg. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Komm mal. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Wo ist? Einer hat eine kranke Hitze bekommen, links. Einer hat Hitze, rechts. Okay, ich schaff Granaten. Pushing! 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 Hab einen knocked. Digga, der arme, Alter. Und? LOL! Was? Okay, okay, warte, warte, warte. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Oh nein, Digga! Ey, Digga, sag ernst! Geil! Hast du endlich instant gefinished? Ja, ja, hatte. Ja, Ehrenmann, Alter. Ehrenmann, Ehrenmann. Digga, gib mir direkt einen 299er-Headshot, GG. Ja, komm, lass schnell das Game holen, dann versuchen wir das dann auch nochmal. Ich will auf jeden Fall einen Win mit dir haben, okay, Philipp? Ja, ja. Ich hab einen Jump-Hill noch. Lass nutzen. Was war das denn, Alter? Das war so dumm, Digga. Wir haben uns gegenseitig irgendwie geblockiert oder sowas, keine Ahnung. Ey, wo sind denn diese Gottverdammten Gegner, Alter? Was ist denn das für eine Low-Runde? Lol! Hey, Philipp? Ja? Hä? Guck mal! Digga, du hast es ja geklaut. Nein, 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 wirklich nicht, wirklich nicht, Digga. Wirklich, ich hatte gerade die ganze Zeit diese Dreifach-Salt-Wild-Inventar. Aha. Ah, genau. Du spinnst mir zu viel rum heute. Oh, komm her, Schatzi. Lass dich mal in den Arm nehmen. Oh, sniped. Von wo? 26. John Wick steht da einfach rum so. What? Okay, ich bin von irgendwo anders gesniped. Oh, hinter dir, Tobi, hinter dir. Oh mein Gott. Ich bin wieder down. Da sind noch zwei gewesen. Oha. Reweiß, Tobi. Zeit geht ab. Kein Ding, Jungs. War gar kein Problem für mich. Ey, hier kommt einer Jump-Gepattet. Direkt über mir, Tobi. Direkt über mir. Nice, Tobi. Sehr gut, Jungs. Sehr schön. Komm, lass dich mal pushen, Tobi. Wir müssen in ewigen Zone. Hä? Sehr eng gestorben. Bei mir? Ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Hier, noch einer bei mir, noch einer bei mir. Er wird mich finishen, er wird mich finishen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Digga, Tobi, was machst du hier gerade, Alter? Komm mal bitte runter, Digga. Warte, hier unten. Mann, Tobi, Alter. Was denn? Mann, ich will auch noch ein paar Fracks machen, Junge. Wir spielen. Ja, toll. Digga. Corona hat zwei Leute geklatscht. Nice. Ey, so reu dich einfach, Mann. Ihr seid die schlechteste Team-Match, die man sich wünschen kann, Alter. Ihr macht echt gutes Gameplay gerade. Ich finde es schade. Tobi, jetzt chill doch mal ohne Witz, Mann. Ich meine es ernst. War nicht ich. Das war krass, Digga. Das war richtig na... Wow. Ey, Junge, ich block mich gleich wirklich aus, Alter. Mich kotzt richtig an. Ey, f***t eure Eltern einfach. F***t beide eure Eltern, Mann, Digga. Wir haben auf jeden Fall... Ich würde... Man muss auch sagen, PC-Spieler, ja. Ja, was... Digga, was soll das denn jetzt schon wieder heißen, Alter? Ja, komm. Du hast mich noch eingeladen heute, dass ich euch mal zeige, wie man hier richtig da ist. Mann, Junge, du spielst mit einer Playstation gegen PC-Spieler. Wie willst du da irgendetwas reißen, mein Freund? Ja, lass pläsen, komm, lass pläsen gehen. 3, 2, 1, raus. Ey, 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 hier sind viele Leute. Hier sind viele Leute, Jungs. Und ich hab keine Waffe. Ihr müsst mir ne Waffe bringen. Hilfe! Hilfe! Wo seid ihr? Mann, halt doch das Maul! Ist down, ist down, ist down. Oben noch? One kill, one kill, one kill. Hat HIT! Ist down, ist down, ist down. Hab, 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 hab. Ja, wir haben hier grad 10 kills. Oh, ja. Oh, wir sind halt weg. Ist auch nicht. Er ist unten jetzt. Äh, links. Oh, Alter, die Jungs! Geht weg, geht weg, geht weg. Alter! Sorry, 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 sorry. Nice. Ey, hinten kommt einer angesprungen. Hinten kommt einer angesprungen. Wo? Lass mich den, lass mir, lass mir. Digga, geier mal nicht so, Alter. Hier unten ist noch einer. Hier, hier, hier. Wer ist Klaus bei euch, ja? Aufm Dach. Hab ich ihn? Ist down, ist down, ist down. Ja, ein Baum ist noch da. Oh mein Gott, dicke, dicke Hits. Mach mal nicht so unüberlegend, Digga. Ja, lass mir den Kill. Oh mein Gott. Ey, wer jetzt Killklaut ist Un-Ero-Mann. Chill doch, Digga, chill doch. Ist doch egal, ist doch egal. Chill, chill, chill. Das ist meine Küsse. Du bist doch der größte Anti-Mate von allen. Das ist meins, das ist meins. Lass mal nach Zilte reinpushen. Komm mit, komm mit, komm mit. Vor uns sind welche. Vor uns sind welche. Wo, wo, wo? Vor uns, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Tatsächlich. Er hat sogar recht. Oh, die werfen nicht. No, ey. Der schießt mitten im G. Mitten im G. Ich hab einen HP. Der Typ ist insane. Hab einen Nocked. Digga, ich drehleicht ab, glücklich. Ich drehleicht richtig. Hey, bist du schon wieder gestorben? Digga. Der ist tot hier oben. Ey, das war ein One-Shot. Er schießt mit MD zwei Hits. Ich hab den Schiff. Junge, du hast die ganze Zeit, kriegst du auf die Fresse, Junge. Es ist richtig belastend. Digga, wie belastend ist es denn bitte, mit dir einen scheiß Wind zu bekommen, Alter? Natürlich, Digga. Junge, du kriegst die ganze Zeit auf den Sack, Digga. Von rechts oben, vom Berg auch noch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kommt, Jungs, das schafft ihr. Ja, Corona ist alleine gerade. Ich hab noch zwei Schüsse. Ey, wack, Alter. Nice, dann machen wir noch einen Try. Tobi, bringst du mir da was mit, ne, von oben? Ja, ja. Digga, du bist schon wieder down, Alter. Mann, geh raus. Aua. Vollkommen. Also, Jungs. Das ist jetzt, glaube ich, die siebte Runde, Digga. Also, schau, Philipp. Willst du mir die Schuld geben, ne? Nein, 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 nein. Ich will nicht sagen, dass du schuld bist, aber es ist halt wirklich schwierig. Also, du willst... Ey. Komm, wir gehen Palettenparadies runter, direkt raus. Sollen wir mal... Lass mal Richtung Tilted pushen, komm. Boah, Jungs. Es kann echt nicht sein, dass es so schwer ist, den fucking Wind mit Philipp zu holen. Doch. Doch ist es... Ey. Was? Was? Digga, was soll denn das? Okay, ihr trollt. Ja, super. Jetzt hab ich 66, ne, ich hatte grad 100%. Jo. Könnt ihr mal aufhören? Hast du Jumphead? Ja, komm her, komm her, komm her. Ich kippe drauf. Wo? Loll! Oh. Hä? Wieso bist du da draufgegangen, Philipp? Was ist das für eine Jumphead-Plattform, Digga? Ey, wo sind denn hier Gegner? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wir holen den anderen. Wir holen den anderen. Nee, nee, komm, 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 komm. Ja, bitte. Corona. Headshot! Headshot down! Down! Alter, 121 Meter ist ja gar nicht. Das ist halt der Playstation-Auto-Aim, ne? Oh. Ey, bei der Seite hast du gar kein Auto-Aim. Ich schlau... Oh mein Gott, sind hier viele! Oh mein Gott, Jungs. Oh mein Gott, Jungs. Ey, ich bin. Hab einen noch. Ein noch einer, jetzt. Jungs, holt mich. Ey. Ey. Hab alle. Witz, Alter. Oh, fuck. Sorry, Bro. Sorry, wirklich. Sorry, Digga, sorry. Aber guck, das meine ich halt, Digga. Warum baut ihr mich nicht ein? Digga, ich weiß ja nicht, wo du liegst, Alter. Du schreist halt rum. Soll ich riechen oder was, wo du liegst, hä? Digga, du bist mal wieder als allererster genockt gewesen. Aua. Ey, ich spiel mit Pizz, wir spielen nicht mehr. Digga, du bist durchgehend so wack, Alter. Du kriegst die ganze Zeit auf den Sack und gibst uns die Schuld dafür. Alter, im Maul, Mann. Ne, Digga. Du bist jedes... Nein, ihr wart schuld. Jetzt einfach müssen... Du bist jedes... Du bist jedes Mal der Erste, der down geht, Digga. Jedes Mal. Jedes Mal. Ey, ich hab keinen Bock mehr, wirklich jetzt mal. Ach, Junge, chill doch mal. Ist doch nur Spaß. Ist doch nur Spaß. Digga, es ist doch nur Spaß. Jetzt komm mal... Ach, Junge. Nimm's doch nicht persönlich, Alter. Ey, wir spielen irgendwann anders mal. Du brauchst aber jetzt auch nicht... Digga, ich sag das jetzt so als Kollege. Schau mal. Mann, ich hab keinen Bock mehr, die ganzen PC-Leuten. Fuck mich ab. Er kommt doch um die Ecke, gibt mir 3000er Chat-Shot, Digga. One-Hill. Ja, aber als ob das einfach... Die ganze Zeit krieg ich One-Hill. Ja, ich meine... Ach. Äh. Was? Als ob. Ach, Junge. Was für eine... Digga. Ja, aber... Haben wir uns vielleicht ein bisschen zu doll geflampt, oder was? Nein, als ob, Digga. Hässer. War auch scheiße. Äh, vor uns? Äh, links von uns übrigens auch Jungs, ne? Loll. Die wurden von dem anderen gekillt. Aber nicht alle, oder? Ne, einer, der eine hilft dir noch. Ja, der... Hier ist ja einer gestorben. Hinten. Unter euch. Hab einen knocked. Über euch. Achtung, Klaus. Hab ihn knocked? Ja. Ey, warte mal. Was sind das? Da ist locker. Alle tot, oder? Ja. Na, ist sehr gut. Ja, Digga. Was ist das jetzt? Philipp? Ja, Digga. Der ist geragequitted, Alter. Er wird jetzt so rumhallen, dass er jetzt nicht mehr mit mir redet. Ich rufe ihn gleich nochmal an, Alter. Ey, Digga. Komm mal bitte wieder TS. Beruhig dich mal. Und alles ist cool, okay? Ey, Jungs. Ich hab nicht gedacht, dass wir es wirklich geschafft haben, ihn zum Ragequitten zu bringen. Wollen wir Spieler? Nein. Warte, ich zieh mich kurz hoch. Hast du ihn? Ja, ja. Er hat's Memo einfach nicht angehört, Digga. Er hat's Memo wirklich nicht angehört, ne? Ich rufe ihn gleich nochmal an. Oh. Wo? Die sind runtergefallen vom Turm. Aber die bauen sich einen Berg runter. Südwesten jetzt vor uns. Die sollen jetzt Klaus vor uns gleich irgendwo sein. Da siehst du den Baum? Und die bauen wieder wie Apostel höchstpersönlich, Alter. Okay, die haben uns gesehen. Ey, Junge, wie sollen wir das denn kriegen, Alter? Von oben noch natürlich. Einen Spieler von oben. Einen Spieler von oben. Hinter mir. Er schießt noch nicht. Er ist knocked. Aber ne, es sind mehr. Es sind mehr. Okay, das ist 2-2. Komm, dann lass die erstmal holen drüben. Reiche abgehen, ne? Ja. Was ist denn? Die Jump-Hatten, die Jump-Hatten, die Jump-Hatten. Der ist low. Baby. Oh, fuck, Mann. Oh, der eine übel slow. Der eine übel slow. Der eine übel slow. Ich auch. Oh Gott. Ja. Nice, sehr gut, Digga. Nice, sehr schön. Oh. Oh mein Gott, Digga. Zu dritt hat's besser geklappt. Ja. Oh, Philipp, Philipp ist nochmal TS. Ey, ich hab keinen Bock mehr jetzt. Oh, Digga, weißt du was? Ist einfach nicht mein Target irgendwie. Okay, pass auf. Ich rufe dich immer noch runter. Okay, schau. Wir haben gewonnen jetzt gerade. Wir haben zwei Win-Schooled, auch ohne dich. Bist du jetzt wirklich mad gewesen? Okay, Bro. Vielleicht ist es ein bisschen gemein so, aber wir haben uns halt vorher ein bisschen abgesprochen, dich ein bisschen zu verarschen einfach. Aha. Bist du jetzt sauer? Ja, bin ich. Als ob, Junge. Das ist doch nur noch als ein Joke, Mann. Nein, du bist aber sich wirklich abgefuckt, oder? Nein, Digga. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Es ist alles gut zwischen uns beiden. PC Master Race for the win. Leute, lasst einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall bei Philipp vorbei, bei Corona und Tobi. Wenn ihr schlechte Gameplay sehen wollt. Bei dir, oder? Ja. Okay. Lauter rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Nimm's mit Humor. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 급le Legal Chef. До service Sound Wow aux Geil Ich Das powiedzieć Faz Jag Dar